Fassen wir nochmal zusammen, was wir über Krebsmutationen wissen. Wir haben gesagt, es gibt da Proteine, die man Proto-Onkogene nennt. Wenn die mutieren, werden sie zu Onkogenen und bringen richtig PS auf die Straße. Das Gute ist, die können wir zielgerichtet angehen. Und im letzten Video haben wir ja auch gesehen, dass man auch den sogenannten Downstream von solchen Onkogenen angehen kann. Demgegenüber haben wir aber auch noch die Tumorsuppressorgene. Und da sind die Mutationen in aller Regel inaktiviert. Das heißt, sie können mit dem Protein nichts mehr anfangen. Da habe ich Ihnen im letzten Video gezeigt, kann es aber sein, dass stattdessen ein anderes Protein mehr benötigt wird. Und dann können wir um die Ecke gedacht versuchen, das zu inhibieren. Wenn wir uns jetzt aber mal vorstellen, weder Tumorsuppressorgene inaktiviert, noch Proto-Onkogene zu Onkogenen aktiviert, was können wir denn zielgerichtet angehen, wenn wir gar keine Mutationen haben oder gar keine Nachgewiesen haben? Damit beschäftigt sich jetzt dieses Video. Mein Name ist Matthias Schäffler. Ich bin Onkologe mit dem Schwerpunkt zielgerichtete Krebstherapie und wünsche Ihnen viel Spaß mit Teil 3 der zielgerichteten Krebstherapie. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, kann es denn zielgerichtete Therapie überhaupt ohne jegliche Mutationen geben? Klar, kann es schon. Gucken wir uns hier nochmal genauer an. Wir haben ja auch ohne Mutationen hier Proteine. Und auch diese Proteine können wir, um bei den letzten Abbildungen zu bleiben, wie so eine Art Tisch sich vorstellen. Und an so einem Tisch versuchen wir, medikamentös etwas dran zu machen. Hat unser Medikament am Tisch Platz genommen, kommt es dazu, dass das Protein zum Beispiel gehemmt wird. Und das ist ja erstmal unabhängig davon, ob eine Mutation vorliegt oder nicht. Genau genommen muss man sagen, so funktionieren halt alle Medikamente. Das ist nichts Krebstherapie-spezifisches oder eine Eigenschaft nur unserer zielgerichteten Therapie. Wie sieht es jetzt aber bei der soliden Onkologie aus? Bei der soliden Onkologie haben wir in soliden Tumoren ja die Eigenschaft, dass die irgendwie mit Blutgefäßen versorgt sein müssen. Und die Blutgefäße kann man natürlich therapeutisch angehen. Man spricht dann auch von der sogenannten Anti-Angiogenese. Angiogenese bezeichnet die Neubildung von Gefäßen. Und Krebs generell ist dazu imstande, das in die Wege zu leiten und zu forcieren. Ich habe es trotzdem mal in Anführungszeichen gesetzt, weil es ist ja nicht so, dass wir spezifisch die Gefäßbildung vom Tumor inhibieren können, hemmen können und den anderen Körper davon unbeeindruckt lassen. Deswegen hatte ich mir auch überlegt, ein eigenes Video zu der Therapieform Anti-Angiogenese in Anführungszeichen zu machen, wo wir da ein bisschen genauer drauf eingehen. Da gehe ich in einem anderen Video dann auch ein bisschen genauer drauf aus. Wird viel gestritten, ob das viel bringt oder nicht oder ob das womöglich nur einen Effekt hat, wenn man zusätzlich noch eine andere Krebstherapie macht. Auf jeden Fall übertreibt man nicht, wenn man sagt, das ist nicht der Weisheit allerletzter Schluss. Ebenfalls ohne Mutationen werden verschiedene Neoplasien in der hämatologischen Reihe, also Flüssigkrebs, behandelt. Bei den B-Zell-Lymphomen, das ist eine sehr heterogene Gruppe von verschiedenen Lymphomarten, da hat ein Arzt namens Octon Bruton vor wenigen Jahrzehnten herausgefunden, dass bei diesen Lymphomen ein Protein eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich eine Kinase, die nach ihm benannt ist, die Bruton Styrosine Kinase. Und je nach B-Zell-Lymphom, sei es eine CLL, eine chronisch-lymphatische Leukämie oder ein follikuläres Lymphom, geht man die BTK spezifisch an, ohne dass eine Mutation vorliegt. Man muss dazu sagen, es gibt Mutationen, die sind auch lange bekannt, das sind die, die Bruton ursprünglich mal beschrieben hatte in BTK. Die machen nur nicht Krebs, sondern die machen eine angeborene Immunschwäche. Genau genommen, die erste beschriebene angeborene Immunschwäche, die wir kennen, ist eine sehr seltene Erkrankung, ist aber auf eine inaktivierende Mutation der BTK zurückzuführen. Ich habe Ihnen auch aber in Klammern BCL-2-Inhibierung drunter geschrieben, weil auch BCL-2-Inhibierung bei spezifischen B-Zell-Lymphomen therapeutisch angegangen wird, vor allen Dingen bei der chronisch-lymphatischen Leukämie. Warum habe ich es in Klammern gesetzt? Sie wissen vielleicht noch aus dem Fusionsvideo, dass BCL-2 ein ganz entscheidendes Leitgen für die sogenannten follikulären Lymphome ist. Also da kommt es zu Fusionen, sprich zu Mutationen und die sollen natürlich dann auch spezifisch angegangen werden. Aber nichtsdestotrotz, es wird auch ohne Nachweis von Fusionen oder anderweitigen Mutationen eingesetzt. Und das Ganze sogar auch mit relativ gutem Erfolg. Das ist nicht vergleichbar mit der Antiangiogenese, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Es ist allerdings auch nicht ganz so stark wie das, was wir von der spezifischen zielgerichteten Therapie auf Basis von Mutationen kennen. Und jetzt würde ich gerne nochmal aufs Wording eingehen. Was heißt denn eigentlich zielgerichtet? Wir haben gesagt, zielgerichtete Therapie 3. Das heißt, ich habe keine Mutation, aber ich kann BTK und zum Beispiel BCL-2 inhibieren oder die Antiangiogenese durchführen. Wie sieht es jetzt mit den anderen Krebstherapien aus? Und da wäre es schon relativ unfair, wenn man denen unterstellen würde, überhaupt keine Ziele zu verfolgen. Wir wissen ja von der Chemotherapie, dass sie Zielstrukturen angreift. Die DNA vor allen Dingen, Enzyme namens Topoisomerase 1 und 2 brauchen Sie nicht im Detail zu kennen. Das sind Angriffspunkte für Chemotherapeutika. Immuntherapie haben wir schon einige Videos zugemacht, PD1, PDL1 oder auch CTLA4. Das sind ja die Targets für die jeweiligen Antikörper, die man einsetzt. Warum ich die zielgerichtete Therapie davon trotzdem ein bisschen abgrenzen will, ist für die Chemotherapie relativ leicht erklärt. Das sind ja alles Ziele, die in jeder Zelle vorkommen und die nicht sonderlich spezifisch sind. Also das ist schon ein Riesenunterschied zu der zielgerichteten Therapie, die wir in unseren Videos behandeln. Bei den Immuntherapeutika ist es auch so eine Sache, weil das sind ja keine Inhibitoren. Das sind ja Antikörper, die verschiedene Zell-Zell-Interaktionen in irgendeiner Form hemmen oder unterdrücken, aber die nicht spezifisch ein Protein ausschalten. Deswegen muss man die Immuntherapie funktionell schon ganz klar abgrenzen von der zielgerichteten Therapie, obwohl sie natürlich Ziele hat, therapeutische Ziele. Und so bleibt unsere kleine zielgerichtete Therapie 3 dann doch relativ alleine da stehen und reizt sich ein zu zielgerichtete Therapie 1 und zielgerichtete Therapie 2. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.